Die Wüsten-Seite mit Heli, so geil, Bro. Mike, wenn du rauskommst, lauf direkt rechts rum, ja? Und rechts zu uns und mir. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Let's go, let's go. Transport ist schon bei uns in der Base, was? Wo ist hin? Bin ich stoned, Alter? Ja, ich bin stoned, oder? Ich hab gutes Wied am Schlepp. Bei der Mauer da oben stehen. Das ist der Transporter da? Ja, den sehe ich, ja, ja. Der C1 ist auch schon Infantrie, Bro. Wo? Der C1. D1, Charlie, 1, Habibi. Warte, harte Heli kommt. Transport Heli. Er will Krieg. Nee, haut ab. D1, weiter, Bro. Das kam von C1, eindeutig. Warte, noch nicht schießen. Attack Heli ist auf unserer Seite. Dreht wieder weg und ist down. Oh, oh, oh. Was? Ah, rechts. Guck mal, Transport, oder rechts. Ja, da. Warte, schießen. Das ist Transport Heli, doch. Feuer frei. Oh, 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 oh. Das hat den Ross geschossen, aber. Mhm. Da krieg ich gar noch H. Ja. Doch, hatte. Komm, Bro, komm, Bro. Hat den Dender mit links rausgekippst, ist er nicht cool. Oh, lauer. Oh, schieße. Oh, 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 oh. Yeah. Ich hab einen mit, einen hab ich ausgeholt. Der war voll wie so eine Weihnachtsgans, Bro. Ja, ich hab vier Links jetzt gemacht. Krass. Sehr stark, sehr stark. Er hat einen so rausgeholt, den anderen mit Fallschirm rausgeholt. Ja, Mann. Und jetzt drei drinnen. Heftig. Ah, eins, sauber? Sauber, ja, jetzt sauber. Okay. Ich sag noch, C1, oder wie soll ich? Okay, go. Okay, go. Links unten, warte mal kurz. Hier ist ein Fahrzeug, Feuer frei. Treffer. Down. War da noch was? Als hättest du da Infanterie gesehen, sah so aus. Über uns, C1, der kommt. Sehr nahe dran. Geht schon, ja. Hier, 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 hier. Ja, du Muschi, Alter. Oh, der hat uns noch ein bisschen getroffen. Du Muschi. Ich hab den nicht gesehen, Bro. Krass. Der kam wie eine Eule von ganz oben. Ja, so machen wir es ja auch, oder nicht? Okay, von ganz oben. Aber guck mal, der kommt wieder in unsere Base, um zu sterben, Bruder. Wie dumm sind die Leute, Bruder. Ihr Fahrzeug, ich brauche dich. Hier unten. Unten, ja. Unten. So, und da links war auch eins, Bade. Hab ich. So, da links ist auch nämlich eins gewesen auf dem Grün-Ping. Warte. Hat er schon bearbeitet? Warte, das ist schon. Wo? Das ist schon sauber. Da vorne. Ist der tot? Ja, ich sehe da keinen. Keiner rausgesprungen, okay. Aber da rechts ist noch ein Uber. Okay. Noch ein Uber? Wie viele kommen da, Alter? Ah, das ist ein Scheiß. Oh, Flugzeug über uns, über uns, über uns, über uns. Ja, 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 Transport, ja. Transport, den wollen wir haben. Der ist wieder fett wie die ganze, oder? Komm, warte. Euer frei. Abgeschwungen. Alle ab. In der Luft zerfickt. Sauber. Noch einer, oder? Ja, ja. Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer gelandet, falsch, oder? Panzer bei uns. Die rechts, rechts Panzer. Treffer. Ist er noch? Ist er noch? Ja, aber ist er noch. Mhm. Der ist rausgesprungen bei drei Stück. Hol sie dir. Wieso glauben Sie, dass die alle irgendwie überleben? Hol die Infanterie, Bruder. Ich hol den Panzer. Okay. Okay, Panzer wird geklaut. Okay, ist dickster. Ein Problem. Okay, den haben wir auch. A2 ist voll. A2 wird wieder, super, wie der uns in den Panzer wird. Okay. Wenn wir schon mal hier sind. Gibt es der Weihnachtsganz? Oh, B1, was passiert da? Bravo, 1, genau. Over. Haben Sie schon? Guck mal auf den Turm oben, vielleicht. Heli kommt. Unser. Aber links oben bei der Wagen auch, oder was? So, jetzt hier. Nein. Da, Bruder, da. Aber unser Heli ist dran. Perfekt. Der guckt zu uns, aber unser Heli guckt zu ihm. Ha! 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 Komm, Hidi, mach was, bitte. Hab Wärmesucher dabei. Der hat, glaube ich, Wärmesucher. Jawohl. Und die kämpfen gerade. Die helfen denen, ja? Ganz kurz. Rob! Okay, ja, ja. Den noch nicht. Der hat er oben. Oh, der guckt immer noch auf uns. Oh, der guckt immer noch auf uns. Oh, der ist da eins. Oha. You down? Da sind wir wirklich raus. Ja, das ist doch... Und nicht schlafen, Bro. Ich schaue noch, ich sehe noch nicht so viel. Hier drinnen. Im Container. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Weiter, das ging's nicht. Der Scherz-Container, Bro. Der C1, oh, Bro. Wohin, Bruder? Wohin C1? Wohin mit dir, Bro? Der schießt uns an und... Nein, Mann, so weit kommt die Rakete doch nicht. Kann nicht sein, dass er von da geschossen hat. Ante, ja, oder was das heißt. Sauber jetzt? Ja, jetzt wird's wieder eingenommen, ja. Alles klar. B1 ist auch sauber, jetzt kannst du C1 ballern. Ja, da ist eine Ante, ja. Hier auf, Ping. Ja. Der Tod? Ja, ich weiß ja. Der schießt nicht auf uns. Okay, C1. Ja, jetzt sehe ich gar nicht. Die Rettkirchen. Jet kommt geradeaus. Feuer frei! Geht Auto zu? Nein, nein! Er dreht! Bruder, schießt schon mal! Er dreht! Von links? Ja! Nicht, nicht, nicht! Nicht, nicht! Hörst du doch nicht, oder? Nein, nein! Oh Gott! Was macht der? Ist der tot? Nein! Gieß! Oh, der Sohn, Alter! Scheiß Zeit verschwendender Bastard, Alter! B1, komm! Ja! Okay, Jett dreht zu uns, Bro! Mach weiter, mach weiter! Mach weiter! Ja! Da kommt wieder eine fette Gans! Ganz! Ganz oben! Uh! Sauber, Mike! Ganz oben! Ich flieg hoch! Sehst du gleich vor uns! Feuer frei! Einmal raus! Hast du denn einen abgelassen, oder was? Ich glaube schon! Er haut wieder ab! Scheiß auf ihn! Guck mal, ob der einen abgelassen hat! Ja, aber ich habe ihn nicht ganz erwischt! Dann landet der doch bei A2, A1, oder? Eigentlich ja! Fahrzeug, okay, ich komme! Gans! Gans vor uns, unter uns! Gans ist unter uns! Gans ist unter uns! Hau wieder ab zu Huren! So auf deine Seite mit dir! Du hast ihn nichts verloren! Von D2! Von D2! Der Cartoon-Syshot! Alles gut! Okay, B1 ist Action anscheinend! Nein! Scheiß auf! C1! Weiter, Bruder! Gans ist wieder bei uns! Boah, Bruder! Warte mal, ja! Jetzt wird der... Der wird fresh, Bro! Unter uns! Schieß! Pfeffer! Nee, das gibt's nicht! Du Huren! Es ist! Hinter uns ist ein Panzer! Ich sehe noch nichts! Unter uns ist ein Panzer auf jeden Fall! Da fährt der Berg hoch! Auf Ping! Ja! Treffer! Einer ist rausgeschwungen! Okay! Jetzt noch einer am Berg! Ja! Kurz zurück! Warte! Ja! Der Gans ist da! Der kommt rein und fliegt wieder raus! Der facken schranzelt ab, Bruder! Ja! Getroffen! Komm, Bruder! Der gehört uns! Achso, was haben wir getroffen? BAM! Das ist Sparta! Ja! Geil! Geil! Geil, Digga! Die ganze Zeit auf fliegen! Ja, woher rum will, ne? Ja, oh Mann! Ja, schneller! Ja, komm! Okay, wir verlieren Arzt! Bleib mal kurz hier! Die stingern uns, Bro! Die stingern uns! Guck mal von wo! Ich hoffe, die nehmen A1 an! Ne, doch nicht! Gib, gib, gib! Gib, gib, gib! Ja! Schnell, 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 schnell! Du bist weg! Ja, A2 ist noch was! Ja, A2 ist noch was! Da ist er, oder? Da ist er Ja, ja Das ist schon fertig Steigen wir oder was? Nein, nein Weißt du wo, Bro? Guck mal, ich markiere dir Hier, auf dem Berg Hier Genau, da sind die Guck mal, haben sie sich irgendwo aufgebaut Oh, diese PKK-Hurensinne Diese Bad Kinder Komm wieder hoch Schau, wie geht ihr da, ja Aber sie sind wieder da Wollt ihr, wie geht ihr da? Wie geht ihr da, und sie sind Okay Nix mehr, ne? Dann guckt C1, Bro Der C1 ist da hier Irgendwas lockt uns unter uns, Bro Immer noch da, wo du hingeschossen hast, immer noch einer Ja, 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 mach mal weiter Hast du den, ist der tot, der eine? Den Jett, ja, ja, ich kann fragen, aber der Jett hat mich nicht bekommen Okay, jetzt, komm, Jett, direkt Der kommt gleich, nein, doch nicht Charlie ist voll, Bruder, guck mal, die Markierungen bei Charlie Wow Wenn er den Ernst sieht, wie laufen die weg, oder? Beeil dich, Bro, beeil dich Nix mehr Unter uns ist einer Unter uns Nein Alles gut Ja Zwei sogar Noch einer muss da sein Achten wir beide B1 Hier auf der Stange Was ist los, hab ich? Nix Nix Nein, was? Naja, er hat mich abgefuckt, dass ich ihn nicht bekommen hab Eine Okay Rausgeflogen GG, Bro Mario Mario, wir sind fertig Did I go too far? Ja Naja Flowless, Bro Bin ich einmal gestorben Oh, das ist schlecht Ja, ich hab noch 40 Tickets Mir auch glücklich, wenn ich Mhm